MSV Stahl! Hallo Eva und schön, dass du dir Zeit genommen hast für unsere ersten Elf. Los geht's! Abends im Fernsehen gucke ich maßens Tennis. An freien Wochenenden spiele ich trotzdem Fußball mit Freunden. Nach einem langen Tag gehe ich direkt schlafen. Taktiktraining finde ich hilfreich. Für den MSV zu spielen bedeutet? Einen Traum zu vermöglichen. Mein allererstes Trikot war? Sogar vom MSV. Wer war da hinten drauf? Ich selber. Okay, geil. In der Schule? Langweilig mich meistens. Im Training? Habe ich richtig viel Spaß. An einem regnerischen Tag? Gehe ich trotzdem raus und spiele Fußball. Kurz vor dem Anpfiff? Atme ich nochmal richtig tief durch. Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Würde ich mir wünschen, verletzungsfrei zu bleiben. Vielen Dank. Danke. Danke. Ka Bescheid. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020